Idyllisch direkt an der Elbe in Schmilka befindet sich das Bio- und Nationalparkhotel Helvetia. Es ist das einzige reine Bio-Hotel in Sachsen, gelegen im Herzen der sächsischen Schweiz. Hier erwarten den Gast unter anderem qualitativ hochwertige Zimmer, für deren Einrichtung rein biologische Materialien verwendet wurden. Gute Servicequalität gibt es aber nicht nur bei den Zimmern, sondern bei allen Angeboten des Hauses. Es muss ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis sein, es muss fair sein, es muss auch fair rüberkommen, aber der Gast erwartet eigentlich höhere Leistungen, der erwartet einfach in seinen wenigen ja kostbaren Tagen des Urlaubs, die er hier verbringt, einfach mal eine Top-Leistung. Die ist hier garantiert. Das Hotel besitzt das Siegel Servicequalität Deutschland. Das Haus hat zudem ein eigenes, unverwechselbares Profil und macht es somit zu einer touristischen Attraktion in Sachen Bio in Sachsen. Hinter all dem steckt viel Arbeit und vor allem das Zusammenwirken mit vielen regionalen Unternehmen. Diese Vernetzung bietet am Ende ein Wohlfühlerlebnis rundum, ein Rundumpaket für den Gast. Denn genau das wird erwartet. Zudem stehen beim Gast die persönliche Atmosphäre und der historische Bezug der sächsischen Attraktionen hoch im Kurs. Wünsche werden hier nicht als Kritik, sondern als Hinweis gesehen, die das Unternehmen weiter nach vorn bringen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, also alle Mitarbeiter, auch mit den Gästen. Und wir nehmen uns wirklich auch jedem Hinweis an und so weiter. Es ist eigentlich immer ein Geben und Nehmen. Wir haben eine wunderschöne Kommunikation auch zwischen Gast und Personal und natürlich auch mit den Chefs. Der Gast will beim Ferienaufenthalt einen Mehrwert am Ende haben, Qualität erleben. Hotels wie das Helvetia in Schmilka ermöglichen das mit nachhaltiger Servicequalität im sächsischen Tourismus.